ja okay also ich ich hat sich hier in die gewässer in die abwasserkanäle zurückgezogen denn er wurde von beiden seiten gejagt sowie wir auch von infizierten und nicht infizierten und hat das hier als positiv gesehen weil es wohl so viele ein- und ausgängungen gibt beziehungsweise so viele verzwickungen und verehrungen dass er immer leicht fliegen konnte das heißt wir werden auch hier vielleicht auch weitere überlebende stoßen ja okay okay wir haben jetzt eine plattform ja das typische gelaber eben das scheint so ja immer was zum drehen ja da drüben okay das ist wohl das große tor hier das klemmt okay dann würde ich sagen ab ins kühle nass wir schauen mal was wir tun können da ist doch was da ist das stück was jetzt hier das ding blockiert okay das hätten wir okay Gut, hier gibt es nix. Mal gucken, was wir jetzt nicht so tun können, damit es da vorne weitergeht. Da geht es durch. Ah. Nachschub. Okay. Das haben wir. Da fügt ne Later rauf. Was zur Hölle? Oh, scheiße. Okay, das sind zwei. Gucken, ob wir was machen können. Oh, die Musik. Okay, okay. Bloß nicht umschmeißen, sonst sind wir tot. Da haben wir etwas. Ein bisschen Heilung. Da oben liegt noch was. Noch ein Papier. Eine Handelsnotiz. Wieder von ich. Hm. Tja, da ging es wohl um Handel, der gar platzt ist. Aber ich glaube, wir haben hier nichts mehr verloren. Wir sollten hier einfach abhauen. Oh, mein Gott. Sind glaube ich clicker. Oh, Gott. Okay, okay. Wir sollten jetzt schnell... Ich glaube, wenn wir leer machen, dann hören die das. Ach, ja. Nicht gehört. Okay. Ich hoffe, die laufen uns nicht nach. Alles klaro. Oh, ich kann nicht erwarten, zu gehen aus diesem Ort. Ich kann nicht sehen, ob das Gerät hat noch ein bisschen Wasser. Hier geht nichts. oh je ich hoffe das krachten schlecht ein oder so war hier geht es rein eine tür und die ist bemalt das ist doch nur also seine burg sein herrn burgtor diesen auch irgendwie kinder oder sowas da was die wand gemalt haben okay das sind die hausregeln sicher gehen dass alle türen verschlossen sind wenn wir den besucher nicht kennen nach dem passwort fragen ja lieber nichts tun und nicht laut spielen und wenn der alarm gehört wird dann schnell zu dem versteck punkt rennen und dem lärm nach zu urteilen schätze ich mal dass hier was passiert ist denn wir hören niemanden was ist das shorty eine neue waffe oh ja das ist glaube ich so eine art einhand shotgun oder sowas so da geht es irgendwie lang da geht es lang hey hey oh okay hey did you see that let's keep it down buddy okay Ja, sorry. Okay, da geht's wohl nicht hoch. Ah, wir können nichts ausrüsten, wir sind total voll und in Folge dessen können wir auch nichts mitnehmen. Schade. Wir sind, ja, so wie es aussieht, ziemlich nah an der Oberfläche. I. 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 So, alles geladen. Hm, der Revolver ist leer geschossen, okay. Mal schauen, ob es jetzt hier gleich noch zu... Oh, scheiße! Klicker. Alter, die knallt die Waffe. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Was steht da? Water Rules. Und das Wasser nicht laufen lassen und nur das nehmen, was man geplant hat zu benutzen kann. Und kann einen Schwanere hinterlassen. Klingt vernünftig. eine Notiz des Regensammlers. Hm. Hm. Hm-hm. Okay, trotz... ...trotz der Meldung hier... ...also trotz... regel nummer zwei hat der der das wasser gesammelt hat hier wasserpistolen verteilt für die kinder damit die wenigstens hier ein bisschen spaß haben können so da oben geht es weiter auch scheiße sie haben nicht gelitten hat er die kinder ermordet aber dann werden sie ach da liegen sie ja oh mein gott ja das ist die frage was ist besser okay hier geht es weiter gefällt mir gar nicht ja ja Vielen Dank.